Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen heute mal über diese Handyhalterung hier sprechen. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir kürzlich so einen Handyständer hier gekauft für um die 15 Euro und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Den zeige ich euch mal kurz. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Das hier ist das gute Stück. Das kann man aufklappen. Unten besteht aus Metall. Das ist massiv, also nicht gerade leicht. Ist auch nicht unbedingt zum Rumtragen gedacht. Ich hatte mal so etwas ähnliches und das habe ich dann im Restaurant stehen lassen. Das fand ich sehr, sehr schade. Also, ihr könnt das hier aufklappen und könnt es hier aufklappen. Und eigentlich ist das jetzt verkehrt rum. Eigentlich ist es so rum richtig. Hier kommt das Handy rein. Zeige ich euch gerne mal. Sieht dann so aus. Und man kann sich das Ganze anpassen, wie man es braucht. Also, wir können das mal drehen hier. So zum Beispiel. Wir können das Handy natürlich auch quer reinstellen. Sieht dann so aus. Wir können das Ganze ausziehen. So. Habt ihr gesehen? Und so funktioniert das dann. Also hochkant, seitwärts, vorne, hinten. Vorteil ist, man kann damit jetzt nicht nur Videos schauen, zum Beispiel. Sondern man kann auch Aufnahmen machen. Also man kann jetzt hier die Kamera anmachen, während man hier hinten etwas rum bastelt. Das geht auch hochkant. Wie gesagt, 14,99. Kann man sich nicht beklagen. Das Ding funktioniert gut. Ist auch für mein schweres iPhone 13 Pro geeignet. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe mal sowas ähnliches. Habe ich dann stehen lassen. Darum habe ich mir nochmal so einen Handyständer gekauft. 14,99. Wir gucken uns das Ganze mal noch kurz bei Amazon an. Ihr seht auch die Maße nochmal von dem guten Stück. Es passt hier so gut wie jedes Handy rein. Spielt überhaupt keine Rolle, was das für eins ist. Mein iPhone ist recht schwer. Deswegen kann man das voll ausgezogen nicht unbedingt als Kamerastativ belasten. Weil irgendwann verliert es die Fassung sozusagen und kippt um. Da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ihr versehentlich euer iPhone kaputt macht. Aber grundsätzlich, so wie ich euch das gerade gezeigt habe, steht das gut. Auf dem Schreibtisch genau so stellt man sich das vor. Das Ganze ist im Angebot momentan für 11,89. Ich dachte, ich hätte 13,99 bezahlt. Es gibt verschiedene Farben. Ich habe hier die schwarze Ausführung. Das Ganze gibt es aber auch in weiß, blau, lila und grün. Rosa, was weiß ich. Faltbares Design. Der Lamycall 2023 verstellbare Handyständer kann flexibel gefaltet und überall hin mitgenommen werden. Nach dem Zusammenklappen hat der Ständer nur noch Taschenformat. So dass er auf Reisen oder auf Geschäftsreisen leicht im Gepäck verstaut werden kann. Er ist ein unverzichtbares Schreibtischzubehör für Büros, Küchen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Impfreihen und so weiter. Hervorragende Stabilität. Der Handyhalterung ist an der Oberfläche und an den Haken mit rutschfesten Silikonpads bedeckt, die ihr Telefon vor Kratzern und Rutschern schützen. Und rutschfeste Gummis an der Unterseite verbessern zusätzlich die Stabilität des Ständers. Der stabile Standfuß minimiert das unangenehme Hin- und Herschütteln beim Ablegen des Smartphones. Starke Stabilität, rutschfeste Silikonpads, das kann das Telefon vor Ausrutschern und Kratzern schützen. Außerdem sorgen die Silikonpads an der Unterseite des Ständers für zusätzliche Stabilität des Standes. Ein stabiler Ständer kann das hin- und herwackeln aufgrund mangelnder Stabilität beim Ablegen des Smartphones verhindern. Das ist der gleiche Text wie oben nochmal. hervorragendes Material aus hochwertigem ABS-Harzmaterial. Ich hoffe, das Material ist besser wie diese Übersetzung hier. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen, sehr robust und langlebig. Die Oberfläche der aus ABS-Material hergestellten Halter ist empfindlicher und glatter als die der Halter aus Metall. Was? Sie zerkratzt weder ihre Haut noch ihr Gerät. Also, wir vergessen glaube ich den beschreibenden Text, wir vergessen das komplett, was ich eben vorgelesen habe. Handy-Ständer machen sie ihr Leben einfach. Exquisite Verarbeitung, einziehbare Stange und 360 Grad rotierendes Design ermöglicht, das ihnen einen perfekten Blickwinkel zu erhalten. Faltbares Design, universelle Kompatibilität, Lamycall. Beliebte andere Artikel fürs Auto etc. Und wir gucken uns noch die Bewertungen an, die sind ziemlich gut. Bei 15.000 Bewertungen 4,8. Das ist ordentlich ein faltbarer Handy-Ständer macht was er soll. Tut was er muss, wie auch immer. Bisher erfüllt das Ding genau so seinen Zweck, wie ich mir das vorgestellt habe. Sollte sich irgendwas ändern, brechen wir das Thema Handy-Halterung nochmal in einem der nächsten Videos an. Ansonsten soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Zumpt ihr immer ein Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017